Straßen, Autobahnen, Flughäfen. Doch woraus bestehen sie? Am Wetterberg beginnt alles mit einer Sprengung. Bis auf eine Tiefe von 100 Metern wird auf fünf verschiedenen Abbausohlen Grauwacke abgebaut. Dieses Gestein ist über eine Milliarde Jahre alt. Menschen und Maschinen sorgen dafür, dass jährlich bis eine Million Tonnen beste Gesteinsqualität aus der Erde geholt werden. Im Akkord arbeiten mehrere bis zu 100 Tonnen schwere Maschinen. Der Vorbrecher zertrümmert die Steine auf eine Maximalgröße von 300 Millimeter. Das Material wird mit langen Förderbändern weiter in die Anlage verteilt. In der Anlage arbeiten mehrere Brecher und Siebmaschinen. Bei Bedarf rund um die Uhr und vollautomatisiert. Nahezu alle Kundenanforderungen können so erfüllt werden. Dabei wird ständig auf eine hohe Qualität geachtet. Die somit gewonnenen Splitte und Edelsplitte werden in verschiedene Körnungen klassifiziert. Alles nach den Vorgaben von europäischen Normen. Der Lagerplatz fasst über 200.000 Tonnen. Das garantiert eine kontinuierliche Belieferung der Baustellen. Sie haben die Möglichkeit, selbst abzuholen oder liefern zu lassen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen als Ansprechpartner und Berater gern zur Verfügung. Bis in die 1920er Jahre reicht die Geschichte vom Wetterberg zurück und ist seitdem mit seinen 27 Mitarbeitern eine feste Wirtschaftskraft im Landkreis Meißen. Untertitelung des ZDF noch eine Untertitelung des ZDF, 2020